so ich habe 7 10 artikel bekommen und die werde ich jetzt nachher nach nutzen mal gucken ob ich weiterhin nur scheiße krieg wie in den letzten 15 tagen aha das ist bisher das beste was ich in diesem monat bekommen ein super fest es war dass du noch nicht ultra alt ist aber natürlich nie bei mir spielen wird ok fängt gut an zwei auf einmal ein ultra alter kohlfurt und ein sehr hässlicher ishitsaki aber immerhin zwei das sieht noch nichts aus oho und rache sogar ja wow ein mittelschul wakashimatsu geil aha unten sehe ich was na gut immerhin ein relativ neuer pajol den ich zwar schon habe aber beben kann noch zwei dumme scheiß tickets die keinem was bringen das sieht noch nichts aus und das letzte mhm zwei ja gut mbapa oh gott der pull ist ja geil gewesen jetzt das gibt es nicht jetzt bin ich tatsächlich sehr glücklich das war das beste was mir in diesem monat passiert ist also tschüss immerhin ja bis bis